Ibanez 2.18, wir sind bei den J-Custom Modellen und eine Besonderheit, die es bisher noch nicht gab bei J-Custom, sind die RGA Modelle. Hier am Beispiel der RGA 8420 mit einer gewölbten Decke. Wir haben hier die Masio Fusion Edge Pickups drin. Wir haben wieder die klassischen Tree of Life Inlays mit Rosewood Griffbrett. Wir haben ein wunderschönes Natural Binding des Halses. Sehr, sehr schön. Eine aufregende Flamedecke. Low Pro Edge Tremolo. Ein fünfteiliger Hals. GoTo Mechaniken. KTS Titanium verstärkter Neck. Und auch diese Modelle sind für 2.990 Euro bei eurem Händler zu finden. Viel Spaß beim Ausprobieren.